Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und scheiß mal auf das Intro. Ich habe großartige Neuigkeiten für euch. Ich bin gerade erst aufgewacht und habe die Neuigkeiten im Discord und auf Twitter gelesen. Deswegen möchte ich so schnell wie möglich ein Video für euch dazu raushauen. Deswegen wird das Ganze hier auch ein One-Take werden und keine Bearbeitung wie in meinen sonstigen Videos. Einfach nur so schnell wie möglich die Informationen an euch weitergeben möchte ich. Ja, falls ihr gerade auf Arbeit seid oder in der Schule, dann seht euch trotzdem auf jeden Fall das Video an. Dann greift euer Handy zur Hand und geht einfach mal auf die Webseite von Ford. Hier einfach oben Play Ford eingeben und dann seid ihr schon da. Und dann geht ihr einmal entweder hier auf Profil oder hier auf diesen neuen Button geht. Alpha Weekend 2 Access und dann werdet ihr automatisch zum Login weitergeleitet. Wir machen das hier einfach mal schnell, so damit ihr es sehen könnt. Und ja, ich bin jetzt schon angemeldet. Hier, ihr werdet dann hierher kommen in eurem Login und alles. Und dann könntet ihr euch einfach hier auf diesen Knopf drücken und dann werdet ihr einen Key bekommen. Was? Einen Key bekommen? Wie haben ihr richtig gehört? 10.000 Keys werden weitervergeben. Warte, ich zeige es euch hier. Hier, das ist der Discord-Channel von Ford von Strange Metal Studios und sie haben gerade erst announced, dass 10.000 Keys vergeben werden für das zweite Alpha-Wochenende vom 20. zum 22. Dezember. Und was heißt vergeben? Es wird nicht mal vergeben. Ihr könnt sie euch einfach schnappen, falls ihr gerade die Zeit habt. Und deswegen bitte ich euch, nehmt euch die Zeit, wenn ihr vorzocken wollt oder auf Arbeit oder in der Schule seid. Dann geht einfach mal schnell auf die Webseite mit dem Handy und klickt auf diesen Button, meldet euch an und gönnt euch so einen Key. Ihr kriegt dann einfach per E-Mail so einen Key zugesendet. Ihr kriegt nur einen Key, deswegen steht ja auch bei mir, you've already been sent a key. Und dann könnt ihr einfach euch bei Steam anmelden, einloggen und euch für diesen Key das Spiel runterladen. Ganz einfach, ganz schnell. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles verstanden und ich finde es einfach noch super. Natürlich, ähm, wichtig ist, dass es, ähm, nur das zweite Alpha-Wochenende jetzt ist. Es ist nicht die Holiday Access, es ist nicht da mit drin oder Early Access. Aber trotzdem, 10.000 Leute können jetzt zusätzlich noch dazu zocken. Ich finde das unglaublich und ich bin super gespannt. Ich habe mir jetzt schon meinen Key geholt. Ich bin auf jeden Fall vorbereitet, das Spiel zu zocken und ich freue mich schon richtig. Ich hoffe wirklich, sie haben auch schon die Verbesserung des Spiels, äh, getroffen und jetzt in die Alpha eingefügt. Wie zum Beispiel, äh, das neue Item, das neue Item-System, äh, beziehungsweise der Shop und das neue Hat, wovon wir ja schon ein paar Bilder gesehen haben. Das sieht ja so unglaublich cool aus. Ich hoffe wirklich, dass das mit drin ist. Und es gibt noch eine weitere, äh, Sache, die hinzugefügt werden soll. Die darf ich euch aber leider noch nicht verraten. Aber eins kann ich euch versichern. Ihr wollt auf jeden Fall auf meinem Kanal sein. Ihr wollt wirklich hier sein, wenn diese neue Sache hinzugefügt wird. Das gibt's hier ganz exklusiv. Also viel Spaß euch damit. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet und gönnt euch wirklich jetzt diesen Key. Es ist egal, was ihr gerade macht. Geht auf die Webseite, holt euch diesen Key. Es ist super. Und ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Ich lade auf meinem Kanal immer montags und donnerstags 17 Uhr ein Video hoch. Und das hier ist jetzt, äh, einfach viel zu früh für diesen Tag. Ich wollte einfach nur so schnell wie möglich diese Info raushauen, wie ich es euch auch schon bereits gesagt habe. Wenn es großartige Neuigkeiten gibt, dann bekommt ihr die hier sofort zu erfahren. Ich werde so schnell wie möglich ein Video dazu raushauen. Das hab ich hiermit gemacht. Keine Bearbeitung. Einfach nur die Info schnell für euch. Und deswegen nochmal die Bitte. Wenn ihr Bock habt, immer so schnell wie möglich Infos zu erfahren. Und danach, denn ich lade heute trotzdem noch ein krasses Video hoch. Wenn ihr danach trotzdem noch Bock auf qualitativ hochwertigen Scheiß habt, dann bleibt auf diesem Kanal. Abonniert doch gerne, damit ihr nichts mehr verpasst. So bleibt ihr immer auf dem ersten Stand und seht den geilsten Content. Mit krasse Bearbeitung auch. Anders als das heute mal. Einfach nur schnell diese Nachricht dann noch rausgeballert. Also gönnt euch. Und ihr wollt auf jeden Fall auf diesem Kanal sein. Wenn diese neue Sache dem Spiel zugefügt wird. Ich werde auf jeden Fall am Start sein. Falls ihr Bock auf den Holiday Access habt, dann könnt ihr das hier auch auf der Indiegogo Seite von Ford machen. Da könnt ihr dann eine Spende da lassen. Und im Gegenzug dafür bekommt ihr Access zum Holiday Weekend. Beziehungsweise die ganze Woche. Und je nachdem wie viel ihr spendet, bekommt ihr dann auch Early Access, wenn das Spiel dann rauskommt am Anfang von 2020. So, lange Rede, kurzer Sinn. Gönnt euch diesen Key. Deswegen soll es das für jetzt erstmal gewesen sein. Heute 17 Uhr kommt dann noch ein neues Video von mir. Bis dahin, so wie immer, danke fürs Einschreiten und habt noch einen wundervollen Tag.